Musik Ein ganz neues Produkt ist jetzt in Österreich auf den Markt gekommen. Es nennt sich Libuni und ist was genau? Libuni ist eine Reistrinkbasis, was wir am Markt gebracht haben. Der Vorteil ist, dass ich die Basis habe und die tun wir mit meinem eigenen Wasser so vertönen, so wie es ich nach meinem Geschmack haben möchte. Bei handelsüblichen Reistrinks schleppt man ca. 85% Wasser nach Hause. Bei Libuni gibt man einfach daheim das eigene dazu. Weniger Schlepperei und weniger Stauraumbedarf zu Hause. Ist das eine Art Milchersatz? Ja, ist ein Milchersatz, ist glutenfrei, laktosefrei und wird sehr gut angenommen. Wir haben noch einen Vorteil, dass wir eine kleinere Verpackung haben. Dadurch ist es umweltfreundlich. Es wird in Italien produziert, haben wir produzieren lassen und wird auch dort abgefüllt. Es ist Bio und wird sehr gut angenommen, Bio-Läden. Jedes Halbliter-Bäckchen ergibt zu Hause ca. 2 Liter Reistrink. Libuni besteht nur aus biologischem Reis, Wasser, ein wenig Sonnenblumenöl und Meersalz. Ohne jegliche Zusatzstoffe. Jetzt sind wir natürlich neugierig, wie das Ganze hergestellt wird. Ja, da werden verschiedene Reissorten genommen. Bio-Reis aus Italien. Der wird geschrotet und dann wird mit Wasser versetzt und aufgekocht. Und dann werden die Kohlenhydrate in Zucker umgewandelt und dadurch schmeckt der Reis auch die natürliche Süße des Reises drinnen. Daher kann man ihn idealerweise auch mit Kaffee mischen. Der Reistrink hat vollen natürlichen Geschmack und der Trink schmeckt, wie man sieht, auch dem Nachwuchs. Der Reistrink hat vollen natürlichen Geschmack und der Trink schmeckt, wie man sieht, auch mit Kaffee mischen. Der Reistrink hat vollen natürlichen Geschmack und der Trink schmeckt, wie man sieht, auch mit Kaffee mischen. Der Reistrink hat vollen natürlichen Geschmack und der Trink schmeckt, wie man sieht, auch mit Kaffee mischen. Der Reistrink hat vollen natürlichen Geschmack und der Trink schmeckt, wie man sieht, auch mit Kaffee mischen.